HR2 Kultur zum Nachhören. Die Hörbuchempfehlung. Ans Ende kommen heißt ein neues Hörbuch, in dem der Schriftsteller Dieter Wellershoff seine Gedanken dazu aufgezeichnet hat. Ulrich Sonnenschein stellt es jetzt vor. Das Alter ist in der Regel ein Zustand, den man noch nicht kennt. Man ist noch nicht alt und man kann sich nicht vorstellen, wie das sein wird und dass es so sein wird. In diesem Sinne ist Dieter Wellershoffs Hörbuch »Ans Ende kommen« tatsächlich auch so etwas wie ein Ratgeber. Mit seinen 88 Jahren weiß er, was Altsein bedeutet und er weiß auch, wie wenig dieser Zustand mit dem übereinstimmt, was er als junger Mensch bei anderen beobachtet zu haben meinte. Damals galt Altwerden als erstrebenswert, im Sinne von älter und damit freier, selbstständiger und unabhängiger. Heute, im Rückblick, weiß er, dass das Alter aus einem Widerspruch besteht. Jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Und das beginnt schon im Gesicht. Also ich habe da etwas über diese seltsame Droge, Notox, Botox gehört, von der die Leute immer hoffen, dass ihnen eine ewige Jugend beschert wird, weil die Falten verschwinden, weil das Gesicht geglättet wird. Die Frage ist, ob ein vollkommen geglättetes Gesicht nicht eher ein Verzicht auf ein Gesicht ist. Denn das Gesicht ist ja das Leben, das sich zeigt, Leben, das geprägt worden ist und das man vielleicht auch lesen kann. Ein Botox-Gesicht kann man jedenfalls nicht lesen. Es ist glatt. Seltsamerweise ist das ein wirkliches Ideal. Der Jugendwahn unserer eindimensionalen Leistungsgesellschaft hat dazu geführt, dass man alte Werte gern über Bord wirft, wenn sie nicht mehr produktionssteigernd sind. Man betrachtet das Alter nicht mehr mit respektvoller Bewunderung, sondern abfällig, sieht bestenfalls noch darüber hinweg und ist nur zu gern bereit, all das, was damit zusammenhängt, zu ignorieren. Für die Weisheit der Alten gibt es keinen Bedarf mehr. Deshalb wird man also, wenn man dem berühmten Taxifahrer, zu dem man ins Taxi steigt, sagt, man ist 88 Jahre alt und damit erklärt, weshalb man so steif da einsteigt und einen Platz sucht und nicht die Stelle findet, wo der Gurt eingesteckt wird. Da hat man also sozusagen eine doppelte Auskunft. Man bittet um Verständnis. Ich bin alt. Und man erwartet Achtung. Ich bin alt. Beides. Und in diesem Gegensatz schwankt es auch hin und her, wie man behandelt wird. Bei Dieter Wellershoff klingt diese nüchterne Bestandsaufnahme nicht lamoyant. Vom Jammern über die Gebrechen des Alters ist er weit entfernt. In dieser langen, freien Erzählung findet er Bilder, die Würde und Verfall zusammenbringen, macht Ausflüge in die eigene Jugend, in die Familie. Er schreibt es zum Beispiel den vielen Kriegstoten zu, dass er eine solch interessante Frau hat heiraten dürfen und betrachtet die Männer, die wiederkamen, aber nicht mehr dieselben waren, mit freundlichem Bedauern und mit Humor. Das waren Männer, die was dargestellt hatten und plötzlich entthront waren. Und da bekam ich nach dem zweiten Weltkrieg mit, dass die Hübscheste, die Jüngste, sich hinter ihrem Mann stellte und ihn in den Nacken pustete und sagte, Oh, deine Haare stehen ja zu Berge. Das ist aber auch alles, was bei dir zu Berge steht. Was ich bewundert habe, war eher eine Stille und Ruhe, mit der er das über sich hatte, gehen lassen. Aber er ist bald gestorben. Danach hatte sie dann einen anderen Mann, der war nicht von dieser Würde, aber der war natürlich lebendig. In dem Dieter Wellershoff hier frei erzählt, gelenkt und angeregt durch Klaus Sander und Thomas Böhm von Syposé, deren Einwände man aber nicht hören kann, ist sein Nachdenken über Altern und Sterben nicht von Verzweiflung, sondern von lebendiger Reflexion getragen. Sein Geist ist wach und deshalb, so meint man zumindest, vom Sterben weit entfernt. Denn selbst wenn es andere spürbar trifft, der Tod ist nach wie vor unvorstellbar. Und man kann sich glücklich schätzen, wenn er einem keine Angst macht. Eine andere Erfahrung des Alters ist das Sterben ringsum. Immer auch mit einem gewissen schmeichelnden Erfolg, ja, ich lebe aber noch. Das ist natürlich gleichzeitig verbunden mit dem neu aufkommenden, auch bedenklichen Nachdenken. Wie sind die denn wohl gestorben? Wer ist man das, dass man stirbt? Und immer dann denke ich, es ist ja wohl klar, dass die Menschen, die ein solches Bewusstsein haben, dass sie also auch das Recht haben, mit dem Tod umzugehen und den Tod sozusagen nach eigenem Empfinden zu gestalten. Mit den Mitteln, die sie haben. Das Sterben selbst gestalten, das ist die wichtige Forderung. Nicht nur, was die Art und Weise betrifft, die Heftigkeit der Schmerzen oder die Mühseligkeit der Existenz, sondern auch, was den Zeitpunkt angeht. Der Tod ist schrecklich genug, wenn er kommt. Die Zeit davor muss man selbst in die Hand nehmen dürfen. Und was dann mit der sterblichen Hülle des Geistes passiert, hat keine Bedeutung. Das ist dann schon eher Sache der Hinterbliebenen, meint Dieter Wellershoff. Es ist mir im Grunde egal. Ich stelle mir auch nicht vor, dass durch ein Denkmal oder durch eine ständig gepflegte Grabstätte ich existent bin. Ich stelle mir nur vor, dass ich in vielen Bücherschränken mit etwas vorhanden bin, was vielleicht nochmal angesehen wird und gelesen wird. Ans Ende kommen. Der Schriftsteller Dieter Wellershoff erzählt über Altern und Sterben. Das Ganze ist ein Hörbuch, eine CD, 66 Minuten erschienen im Verlag Syposé. Ulrich Sonnenschein hat das Hörbuch vorgestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017